Hallo Nation! Kehl wird seinen Vertrag verlängern, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat beim BVB einen Vertrag bis 2025. Laut Sportbild soll die Entscheidung über eine Verlängerung im nächsten Jahr. Fallen Neben sportlichen Ergebnissen und Transferpolitik steht intern auch die Außendarstellung im Fokus. Bereits im November war Hans-Joachim Watzke auf das Thema an Kehl herangetreten. Generell müsse der 43-jährige Profi darüber nachdenken, welche Informationen er nach Außenpreis gibt. Kehl spielte von 2002 bis 2015 für die Borussia. 2018 übernahm er die Leitung der Profiabteilung, 2022 folgte er Michael Zorc als Sportdirektor nach. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Vielen Dank.